Hallo Leute, willkommen zu einem neuen Part von Pokémon Bloody Pla Team. Das letzte Mal haben wir hier auf der Route 1 Part Drehnorm gehauen und damit machen wir jetzt gleich weiter. Ich reise durch die ganze Welt auf der Suche nach mysteriösen Rätseln. Dann komm mal her. Ja, ich hab die Geschwindigkeit wieder erhöht, weil, ähm, ja, der letzte Part, wir haben nicht viel geschafft. Ich denke, so schaffen wir ein bisschen mehr. Rückkehr, Volltreffer, wir sehen ja, dankeschön. Was kommt jetzt? Gut, Pteros. So, Stocketik. Als Strauchler hast du hier eine gute Chance. Risiko-Teckel. Au, 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 Strauchler. Haus um, haus um. Ach, verdammt. Äh, das war schneller als Teil, das heißt, ich halte Stocketik ganz krank. Ja, la, 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 la. Oh, du machst du Schaden, du Scheißvieh. Komm schon, Stocketik, ich brauche nur noch einen Angriff. Risiko-Teckel, geh nochmal so. Aber, nein! Du verdammte Scheißvieh. Ich reiß dir den fetten... Ach, egal. Beruhigen. Ich beruhige mich. Hä, diese Scheiß... Aber jetzt macht das auch noch Erdbeben. Warum kannst du Erdbeben? Warum tust du mir das an? Hier, friss und stirb. Hör ich nur noch Einges. Äh, ja. Das war ein bisschen doof. Ich würde sagen, ich fliege jetzt auch mal zum Torkommand-Center. Ja, ja, komm, heil mal. Können wir halt dann von oben noch einen anderen Weg nehmen. So. La, 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 la. Und weiter geht's. So. Wir... Äh, was kann ich hier jetzt machen? Keine Ahnung, ganz egal. Schön, dass wir den hier von vorne und dann kloppen wir alles weiter um. Dem, 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 dem. Ey, das hat ein Item. Magnisierer, ja. Den braucht man, um Magma weiterzuentwickeln. Wow, Grafikglitches. Grafikfehler. Wow. Hier sind Grafikfehler. Jetzt, oh, jetzt sind sie weg, okay. Hey, Dictory. Ähm, okay. Wir hauen jetzt den Trainer da einfach mal um. Ähm, aha, ein Trainer. Ich fahr dich hier raus mit den von mir gefoltenen Pokémon zu kämpfen. Dann tu das. Wie, da ist Otto. Fack von mir aus. Äh, wie sieht's aus? Dann löst, Tocke-Tick. Komm mal, ähm. So, langsam mal, gut. Strauchler, hau's um. Yes. Nachher ist Tocke-Tick gut für den Gestänk-Pokémon. Für den Gestänk-Boden. Risiko-Ticke. Ja, ne, auf die Tocke stehe ich nicht wirklich so. Ne, nicht lernen. Ein Kangama. Du, das darf der Raptor machen. Sonst der Raptor kann immer noch die wunderbare Attacke nack haben. Boom, 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 boom. In your face und wird es besiegt. Ey, wirklich, Herr Tocke, mit Pokémon zu gewinnen, die man nicht einem bekannt sind, ja. Okay. La, 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 la. Ein Superdruck dahin. Und weiter geht die Reise. Äh. Bist du auch ein Trainer? Oh, warum fahr' mir am Anfang raus? Ich find' mich so toll. Oh, aber ich darf es nicht fangen. Hi. Oh mein, die Fixpock weiß man. In eine Mitrichtung hin. Wieder so ein verrückter Typ, ey. Die sind alle so krank. Egal. Hau mal ihn einfach auf den Rückkehr. Äh. Hau auf mich anzuschreien. Das ist nicht nett. Man schreit keine Leute einfach so ins Ohr. Au, ich krieg Ohrenschmerzen. Hör auf damit. Sau. So. Äh, ja, komm. Wir haben's Raptor. Ja, komm. So weg. Ich mach einfach mal in der Kampf und nimmst du weg vom Fenster. Es lebt. Nein, es lebt. Aeroas frisst das. So. Jetzt bist du aber weg. Oh, das ist mein Lieblingsbukenball. Jetzt weiter. Da geht's länger, Mami, Mann. Nö, hä, hä. So. Dich haben wir umgehauen. Wunderbar. Jetzt sind wir hier eckig fertig auf der Route. Dann können wir hier weiter. Wenja bleibt vorne. Joa, okay. Ich sag jetzt eigentlich mein Gera-Faric. Ach, 51. Das setz ich auch bald wieder ein. Hab ich in der Aufnahme nämlich noch nicht getan. Hi, Duflo. Tschüss, Duflo. Hyperball. Und Ultrigaria, ja. Tschüss. Nix Interessantes dabei für mich. Da komm ich noch nicht hin zu ihnen sehen. Und jetzt sind wir hier. Hier kann ich nicht lang. Kann ich hier schon die Dopingkämpfe machen. Ja, aber das müsste gehen, oder? Dann würde ich mal Tocke-Tick und Girafari-Kämpfe kämpfen lassen. Und die... Äh, ja, komm. Ja, komm. Das, die sagen, ist nicht wichtig. Ich hoffe, ich würde einfach mal... Mau-Zie und Knackse. Was? Mau-Zie auf Level 60. Was soll der Scheiß? Okay. Dann machen wir mal... Hier, erst mal... Oh, oh, Knack-Zie. Oh, oh, okay. Nur Mau-Zie, das ist nicht so gefährlich. Gut, das wurde sofort besiegt. Sehr schön, Trafstolz. Okay, Wert erhöhen. Nein. Noch Mau-Zie. Was soll das? Hm, okay. Ich schnack tief. Au, 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 okay. Hau's um! Danke schön. Ich brauch ja, ja. In Neko, oh, Neko mag ich. In Neko-School. Ja, na, 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 na. Nimm das. Du musst jetzt leider sterben. Tut mir leid. Strachenstoß. Au, au, au. So geschreckt. Uah, teile dich. So, danke schön. Wir haben gewonnen. Hier kriegt man eine Menge Geld. Aber ich glaube, ich lasse das jetzt. Nee, ich hab grad noch keine Lust drauf. Superdrang. Da, so. Nein, ups. So, okay. Dann wollen wir jetzt nächstes mal auf die nächste Route gehen. Ich würd sagen, hier gibt's nicht so viel Sonderes im Moment. Und, äh, ich könnte hier was suchen, glaub ich. Und Detektor. Genau. B-Schlüssel. Gut. Ich weiß noch, wo ich abgeben muss. Nämlich mit dir. Was mach ich denn jetzt nur? Ich hab den B-Schlüssel verloren und weiß nicht wo. Oh ja, da hast du ja den Schlüssel zu meinem, äh, Bock. Ja, Lom. Äh, was auch immer. Hast du ihn für mich gefunden? Das ist aber süß von dir. Ja, danke schön. Äh, ja, kein Problem. Habe ich den Schlüssel einfach mal unterwegs eingesagt? Vielen Dank für deine Hilfe. Hier habe ich ein kleines Dankeschön. Weiße Flöte erhalten. Was können wir damit machen? Äh, ein durchsichtige Kläfer an der Flöte, die würde Puppen anziehen können. Äh, ja, das ist okay. Warum denn nicht? So. Hier können wir es, glaube ich, ausruhen. Äh, ja, ja, was sieht das nicht aus? Gut. Ah, da habe ich den Tränke verschwendet. Ich, vollidiot. Egal. Äh. Ähm, da gucken wir mal. Gelbe Stücke gefunden. Yes. Hi. Hihihi, ich kann auch kämpfen. Hihihi. Schön für dich, du Klagen hast. Egal. Lassen wir das. Und, äh, machen. Oh, 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 okay. Nicht viel Schaden. Strauchel, oh, wow. Das hat mehr Schaden gemacht, als ich dachte, weil, oh, das heute, das heute ist jetzt recht Schaden machen. Ähm, jetzt bin ich mir ja nicht mehr so sicher. Ja, das war klar. Lack, oh Gott, nein. Das hört sofort mit sowas auf. Das ist vertragend. Ja, mach doch mal Amnesie, wenn es sein muss. Jack, äh, ausstrahl, ja. Vertragend. übertragen und nein warum warum hat ein kenten übertragen verdammte scheiße noch mal ja mach noch mal an die sie fack mich jetzt richtig ab so jetzt mach ich fast keinen Schaden mehr so lebst du von drede auf der konso denken wir mal sein wird das wurde die genauigkeit da jetzt auch egal das pro das musste ja so kommen wir sehen ja haus um haus einfach um es sollte sicherlich mit Togetic besiegen lassen scheiß Vieh hast du viel Spaß gegeben die Lage hat mich sehr hungrig gemacht ich hab so Hunger schön für dich das ist mein Togetic gekillt ja ja ich möchte mich hier gerne ausruhen danke und auf Wiedersehen als du komm her komm her das sieht ehrlich schön ich mag meine Schwimmreifen äh ja das ist toll Karniwana hey all die Karniwana also ich glaub ihr wisst alle was Karniwana hat richtig eingeschlechtete ihr dürft jetzt raten aus welchem Display ich das habe wird nicht so schwer zu erraten sein aber was soll's wird es nur noch mal anmerken Heido das ist ja fast dasselbe da kommt drauf doch was machen da kam und das ist auf jeden Fall Geschichte so es ist nicht einfach sich zu bewegen wenn man sich an die aufgeblasen in den Schwimmreifen Klammer ja ich rede jetzt an dauernd hier hin aber wenn die mich immer so die mich immer so verprügeln die Trainer kann ich da auch nichts dafür so ähm weiter geht's mhm hi äh so ein Hotel ja ja ist okay du bist aber kämpfen ah ich war gerade dabei ein Fangangst holen ein verdammter Penner die hab ich meinen Fisch nicht bekommen beruhig dich alter Mann ruhig dich hier friss ach man antike Kraft combat boost ach verstand Stami gut das darf wir sehen ja machen Robodreher ja schäfelt sich hier friss Dunkelklaube ja das war nett von Fußstrahl ach mach doch nicht so niss was soll der Scheißmann Robodreher so Aluminium Tuckertick versuch's versuch dein Glück Glück wirfohl das sollte nicht für Schaden machen Strauchler äh zu wenig Schaden er macht dein Bodyguard von mir aus ist mir doch egal Wertwende Wertwende kann sich wechseln so auch einfach mit antike Kraft drauf Wertwende wie schön für dich kein Wertwurst wie toll wenn du hast den Drang dann wäre ich böse versiegt danke du hättest von mir erwachsen mehr Respekt haben ja wenn du meinst äh ja ich würde sagen ich beende diesen Part hier wir sehen uns wie das nächste mal bei Pokémon Bladibli 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 wieder also schau und bis dahin bladibli